Endlich seid ihr hier. Eure Wunden waren tief, aber es ist mir gelungen, euch zu helfen. Heilen. Ich bin Natasla. Ich bin hier, um euch zu helfen. Helfen. Habt keine Angst, ihr seid nicht tot. Dies ist nicht das Leben nach dem Tode. Es ist die Ebene der Luft. Ich konnte euch hierher bringen, als die Brücke auf der Ebene des Hasses zerstört wurde. Mir blieb keine andere Wahl, denn ich fürchte, nur ihr könnt uns dabei helfen, die große Dunkelheit abzuwenden, die uns bevorsteht. Alles klar. Kehrt jetzt zur Ebene des Hasses zurück und beendet es. Dort werdet ihr dann gegen einen der Schergen des Inoruk kämpfen. Er verfügt über große Macht. Nur wenn ihr ihn besiegt, könnt ihr die Festung des Hasses betreten. Geht jetzt. Es bleibt euch nicht viel Zeit. Okay. Habt ihr schöne Einheitsschwerte im Angebot? Nein, habt ihr nicht. Ihr habt nur Scheiße im Angebot. So Sachen, die... Stufe 7 und 11 und 7 und 9 und das ist doch... Gut. Gut. Also... Gut. Was? Ich dachte schon... Schau mal, ob der besser ist. Der Hammer. Das ist ja auch geil. So, ich habe ein Damage von... Die Schwächere. Die Schwächere. 71 bis 97. Das ist, glaube ich, die Schwächere, ja. Ach, es ist eine Zweihand... Ja, es ist ein Hammer. Okay, er hat sich erledigt. Dieser Ort ist ein Wunder. Vielleicht ein... Den Sperrwicht behalten für... 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 Wie heißt's? Bosskämpfe. Habe ich ein bisschen Range. Ich schaue mich hier kurz... Ach, hier gibt's auch gar nichts. Ja, gut. Dann gehen wir direkt weiter. Ich trinke mal eben was. Kein Zweifel. Das hier ist die Ebene des Hasses. Jo. Ich bräuchte ein längeres USB-Kabel. Müsste ich nochmal suchen, ey. Cool, dass sie so verbrennen. Das ist nice. Ach, du Scheiße. Oh, ich hätte Tränke kaufen sollen. Ja! Geil! Ich lasse mich einfach töten, oder? Wo komme ich dann an? Na gut. Ich versuche hier, so weit wie es geht... ...mit dem Pots, den ich habe, hier durchzukommen. Und dann... Äh... Ups. Und dann porte ich mich. Mit einer Schriftrolle. Ich lasse mich. ist einfach ein spacko ey ich nehme auch alles schön fleißig mit weil ich ja eh gleich porten gehe noch eintragen ein feier tut kann ich noch besiegen nachdem ich ok ok so da bin ich wieder erst verkaufen damit ich weiß wie viel gewicht oh die eine waffe war glaube ich besser als die kacke die axt da ja 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 schön den ganzen crap anbieten es ist einfach so lächerlich zuerst müsst ihr den schergen so ja Meine HP steigert sich auch kaum noch. Also regeneriert sich kaum noch. Geht's euch. Nahtoderfahrung Guck mal wie groß die Aura schon ist Die ist schon Bildschirmfüllend Das ist geil Ich bin umzingelt Zum Glück spawnen die halt nicht wieder Weil sie verbrennen Ich bin umzingelt 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ist es schon so weit? Ich muss halt das Ganze nochmal laufen, aber halb so schlimm eigentlich. Okay. 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 Bitte nicht. Zwei von denen halte ich einfach nicht aus. Okay. 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 Okay, hier bin ich schon wieder, oder wie, ist das eine andere Böcke, ja, ne, ja, irgendwie schon. Ach, da, ja, okay, dann, ab in die Tiefen der Hölle, was, wie, ah. Ihr habt nicht die Macht, mich zu besiegen. Ich werde euch die wahre Bedeutung des Wortes Schmerz lehren. Eure Schreie werden die Steine dieser Ebene bersten lassen, und euer Blut wird die so entstandenen Risse füllen. Redet ganz schön schnell. Ich werde euch dabei zusehen, wie ihr in den Feuern des Hasses verbrennt. Ich glaube, die Animation war einfach zu kurz, und dafür musste der Sprecher halt einfach schneller reden. Das ist ein Bogenschütze, der auch nicht so viel Schaden macht. Also kein Burst. Großer Diener, du Spasti. Großer Spasti, bist du. Oh oh. Oh oh. Großer Diener, du Spasti. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Ihr seid weit gekommen, mein Streiter, und eure Reise ist beinahe vorüber. Ihr habt den Bewacher von Inoruchs Festung besiegt, und nun ist er verletzbar. Die Barriere des Hasses ist sein schwächster Punkt. Er bezieht seine Macht aus seinem Kessel und beschützt seine innerste Sphäre. Rettet genug Seelen aus seinem Kessel, und die Barriere wird fallen. Führt die Seelen durch die Hallen der Verzweiflung, über die Ebene des Hasses, und auf die Ebene der Luft. Ihr werdet wissen, wenn ihr genug gerettet habt. Alles klar. Diese Festung kann nur der Hass gebaut haben. So, heißt das jetzt? Heißt das jetzt, ich muss jedes Mal so hin und her? Was sie hin? Oh. 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 He. 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 Ich will doch nur zur Händlerin. Aber checken wir erstmal hier die Hub-Welt. Also hier schonmal, was auch immer, diese Seelen, das Icon oben da, dieser Kopf, alter, creepy. Ja, ich schaue mir das Ganze hier noch so kurz an und dann gehen wir nochmal in die Höhle. Oder in die Ebene des Hasses oder so. Ich will vielleicht... Gibt es noch etwas? Ja, das vielleicht. Und... Alles klar, wieder zurück. Kessel des Hasses. Eigentlich sollte ich ja hier irgendwie einen Cut machen, aber ich mache den Part ein bisschen länger. Ist das jetzt? Also was? Die Hände zur Ebene der Luft. Alles klar. Machen wir. Okay. Okay. Kommt. Meine Seelen. Hör mal auf, meine Seelen zu belästigen. Hä? Gott. Das ist schwierig. Ich hätte doch ein paar Mana-Pots mitnehmen. Oh, was? Ja. 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 Ich spüre einen solchen Hass hier. Gott. Ich fülle meine Seelen hin. Geist? Geist? Verbrannt? Oder was? Das heißt, ich muss es auch immer komplett clearen hier, sonst kommt die Seele nicht weiter. Ich hatte dann keinen Bock mehr. Was stand da? Wie? Und jetzt? Ich muss sie jetzt unbeschadet da durchbringen? Kein Mana! Oder wie? Na, ist Korb-Mission. Oder was wollt ihr mir sagen? Das sind drei Seelen. Mal schauen. So. Hier ist es halt schwierig. Hier ist es halt schwierig. Nein! No! Wie soll ich die denn hier... Ah, da ist eine. Oh, ich hab noch eine Seele. Scheiße. Piss dich. Ist ja echt kacke schwer. So, du kleine Seele. Wohin möchtest du? Hier? 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 Ja, okay. Kein Mana! Ja! Hier krümmt... ...keiner Menschen Seele, was? Hell, hell. Hell, hell. Das ist ja mein dritter. Da. Jetzt könnt ihr... Könnt ihr hier bleiben? Könnt ihr, bitte? Können sie nicht. Es sind einfach nur... ...dumme... ...Seelen. ... 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 hier rum ok hier hier Okay. 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 Das Ding ist, ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht ins Feuer gerate und dann dadurch verrecke. Ja, an sich ist das ja nicht so schwer. Ja. So. Ich habe noch alle drei. Oh, ich habe es geschafft. Ja. 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 Alles klar, weiter geht's. Gibt es noch etwas... Ich habe gar nichts eingesammelt, ne? Es gab ja auch nichts. Aber... Ah, egal, 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 egal. So, wir haben drei Seelen befreit. Gut. Dann gehen wir mal porten. Ist das dann jetzt geschlossen? Oder kann ich jetzt immer wieder den gleichen Gang machen? Hätte ich eigentlich nichts gegen, den immer wieder zu machen. Geht, also... Ich spüre einen solchen Hass hier. Okay. 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 ich spüre ein solches jedes mal anders generiert ja geil gut weil hier irgendwie war vorhin ausgang zu sehen aber so gesehen ist es egal wo ich rein die weil es jedes mal dann neu generiert wird so so Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist meine Kameraden in Ruhe. Ich hab mich mit den kleinen Duits jetzt irgendwie angefreundet. Oh Gott. Das sind das drei? Ja. Durch. So, jetzt haben wir sechs. Hallo. Die Gefangenen sind frei. Die Barriere ist gefallen. Schnell. Ihr müsst jetzt schnellstens handeln. Bringt Firiona zur Ebene der Luft zurück. Hier kann sie euch vielleicht helfen. Heyo, dann rüste ich mich eben aus. So. Dann kann ich nochmal hier alles sockeln. Oh, cool. Das ist halt hier auch alles crap. Das ist das Ding. Na gut. Dann speichere ich eben ab. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal, es ist eines der letzten Parts dann. Wenn nicht sogar der letzte. Ah, ich glaube nicht, dass der letzte ist. Vorletzte vielleicht. Und, ja. Speichern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.